Hallo, ich wollte euch mal ein kleines Update zu meinem neuen Alown Akku machen. Ist jetzt ein paar Tage her, dass ich ca. eine Woche ungefähr, dass ich den angehetzt habe. Die Alown Lösung war ein neuer Akku. Ich hatte ja gesagt, dass die Kapazität mehr schlecht als recht ist. Und ja, was soll ich sagen? Nach jedem Mal laden und entladen. Die Kapazität krabbelt langsam nach oben, wird also immer besser. Und ich habe verschiedene Ladeverfahren ausprobiert. Und eins tut ihm ganz besonders gut. Diese Impulsladung, also Kondensator entladen auf den Akku. Viele machen das mit solchen Relais hier, die dann den Kondensator über den Akku entladen. Wird dann angenommen vom Transistor oder einer Blink-LED angesteuert. Das habe ich herausgefunden, dass das dem Akku ganz besonders gut tut. Und es haben ja nicht alle so ein Relais zu Hause oder kennen sich mit Transistoren aus, wie sie sowas im Takt ansteuern. Und ich habe da eine ganz einfache Lösung. Hat jeder zu Hause. Kostet ungefähr 1 Euro. Das ist sowas hier. Das ist ein Starter aus einer handelsüblichen Leuchtstoffröhre. Den Kondensator schneidet er ab. Wenn er jetzt auch noch fokussiert, dann kann ich euch das mal zeigen. Da ist ein Bimetall drin. Ab ungefähr 200 Volt fangen die Fäden oder diese Kontakte da drin an zu glimmen. Bläulich, wie so eine Glimmleuchte. Und durch das Glimmen verbiegt sich dieser Bimetallkontakt und schließt die Kontakte. Und dadurch haben wir auch eine Entladung des Kondensators auf den Akku. Ist alles vereint in einem Bauteil. Man muss es halt einfach nur so anschließen. Dieser Kondensator von dem 3.0er Bedini, der entlädt sich dann über den Kontakt auf den Akku. Ich zeige euch das mal. Ist alles vereint in einem Bauteil. Man braucht da nicht groß rumbasteln oder rumlöten. Jetzt fängt er hier an zu leuchten. Wenn er warm ist, dann schließt er den Kontakt und der Kondensator hier entlädt sich dann über den Akku. Wenn man den startet, dauert es etwas länger. Wenn er dann erst warm ist, taktet er schneller. Solange er hier hell leuchtet, lädt sich der Kondensator auf. Wenn er geschlossen ist, arbeitet er halt als ganz normaler 3.0er. Nur er hat den Vorteil, es wird halt getaktet. Der lädt sich auf ungefähr, ich weiß nicht, ungefähr 200 Volt lädt er auf und dann Kondensator lädt sich über den Akku. Das hat ihn ganz gut getan, finde ich. Und das ist mega einfach. Man schließt es einfach dran an und das Ding macht das alles von alleine. Ihr müsst nur darauf achten, dass ja die Kapazität von dem Kondensator nicht so hoch fehlt. Sonst schaltet er vier, fünf Mal und dann sind die Kontakte festgebrannt. Dann müsst ihr mal ein bisschen mit der Kapazität spielen. Das ist eine einfache Sache. Cool, wa? Okay, tschö.